Kickbox Kombination 2. Heute geht es los mit dem zweiten Video. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch an uns auf den Kanal. Und genau, könnt ihr wie immer 3 Minuten lang machen, am besten Timer stellen. Oder halt 20 mal rechts, 20 mal links, sucht euch was aus. Hauptsache so ungefähr eine halbe Stunde pro Tag, da könnt ihr ganz viel zaubern. Genau, ich wollte noch etwas sagen, bevor ihr überhaupt die ganze Sache startet. Wir haben noch ein Warnock Video da hochgeladen. Konnt ihr erstmal da euch ein bisschen aufwärmen und danach loslegen. Die erste Kombination ist, du schnittst dich wieder schön seitlich. Wir fangen erstmal an. Ganz einfach. 1, 2. Und zwar links, rechts. Wenn ihr Linkshänder seid natürlich. Rechts, links. Nicht vergessen. Da ich Rechtshänder bin, links, rechts. Links, rechts. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Immer wieder zurück. Direkt aus der Deckung starten. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp. Hopp, 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 hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, bam. Hopp, hopp, bam. Ja, ja, komm. Hopp, 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 hopp. Okay, die nächste Kombination ist links, rechts, rechts, links. Hopp, 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 hopp. Ganz wichtig, ihr macht die Kombination links, rechts, rechts, links. Und wieder Pause. Und wieder. Hopp, 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 hopp. Dass ihr nicht nur am Arbeiten seid, so. Eins, zwei, zwei, drei, eins, zwei, drei, zwei, zwei, drei, zwei, drei. Sondern einfach Kombination üben. Soll keine Fitnessübung sein. Wenn ihr so ein bisschen schwer atmet, ist das okay. Aber ein paar Atten, paar Ausgaben euch nicht. Das ist nur Übung. Deswegen. Eins, zwei, drei, zwei. Hopp, 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 hopp. Okay, nächste Kombination gebaut, die wir ja gerade hatten. Noch ein bisschen weiter auf. Das heißt, eins, zwei, zwei, drei. Runden zum Körper und rechts, okay, bam. Gut, mal. Eins, zwei, zwei, eins. Zurückziehen. Rotter Kick. Bam. Arm. Hopp, 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 hopp. Zurückziehen. Rein. Kick. Arm. Hopp, 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 hopp. Hopp und hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Schöne Fußdrehen dabei, der da steht. Damit ihr nicht aus der Hüfte sowas macht, sondern schön kicken könnt. Deswegen eins, zwei, eins, zwei. Pah, hopp, hopp, hopp. Und so. Ja, das war das zweite Kickbox-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt auf andere Videos. Wir haben auch Fitness-Videos und so weiter. Guckt einfach ab und macht weiter. Ja, ich kann mich anders sagen. Wir werden uns nach Corona-Krise stärker sehen. Buss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.